Ähm, ich will nichts spoilern vom Film, aber man sieht drei Mal, es ist ja hier, äh, Fortnite, ne, Avengers, mega geiler Hype, ähm, das geht natürlich nicht nur in eine Richtung, in, ähm, in dem neuesten Avengers wird's dreimal, glaub ich, sogar gezeigt, wie Fortnite gespielt wird. Das hab ich jetzt, äh, gesagt. Das ist der einzige Spoiler, den Film hinterhaltet. Nur damit ihr wisst, dass hier ne solide Cross-Promo stattfindet. LOL, nochmal der Trailer gezeigt. Alter, in viel besserer Qualität mit viel mehr Bass, Junge, wie laut ist das? Oh, shit. Here we go again. Alter, heiß im Auge. Ich brauch diesen fucking Hammer als Fisch. Aber, heiß im Auge, ich hab grad noch gesagt, Black Widow kann eigentlich gar nichts, außer Salto und Flick Flucks und das, das kommt ein T-Mode raus, guck mal, guck mal, ich hab gesagt, sie kann gar nicht so ne Pistole halten und Flick Fluck und Salto. Die kauf ich mir jetzt nicht wegen dir. Was, Alter, es wurde mir einfach geschenkt, wer, hä? Halsmaul, wie geil. Mir werden immer alle Sachen geschenkt, äh, die Grüße gehen ganz doll raus. Weißt du, was wurde dir geschenkt? Junge, ich hab mir seit 100 Jahren nichts mehr gekauft, ich krieg das immer von Zuschauern, die hab ich vergessen, ähm, die hab ich vergessen. Können die nur in einer Friendlist schenken? Jaja, nur in einer Friendlist. Wer will mein Sugar Daddy werden? Bin aktiv. Wenn du aus deinem Namen klickst, dann siehst du seinen Namen. Ach, das ist, jetzt hab ich es gecheckt. Er heißt, bin aktiv, du passiv und sein Epic Games Name, ich bin aktiv. Alter, ich hab das mein ganzes Leben lang verkackt. Du denkst dir halt, irgendein Dude schenkt dir das ganze, der hat mir schon so, Alter, Monte hat mir schon so viele Skins geschenkt. Ich dachte immer, das ist, das ist nicht Monte, weil Monte hat einen anderen Namen, aber, Alter, so eine loste Scheiße. Alter, Monte, vielen Dank, du hast mir schon zehn Skins geschenkt. Ja, Epic Games Name, das Ingenheim war ich raus, völlig verkackt, sorry. Du hast mir, wie viele Skins hast du mir schon geschenkt, zehn Stück? Und ich sag immer, ich hab einen Zuschauer in meiner Friendlist vergessen. Schöne Schöne Schöne. Aber er hat auch nichts gesagt, er hat mir schon so viele Skins geschenkt und ich sag dann immer, oh danke. Und ich hab das überhaupt nicht gecheckt, dass das Monte ist, aber, ja, keine Ahnung. Er hat dann auch nichts in den Chat geschrieben. Bübel verkackt. Alter. Ich weiß auch, wo du das auch erzählt hast, du so, ja, ich hab noch so viele Friendlist, die schenken mir immer Skins. Die sind Monte ist aus der ganzen Zeit. Scheiße, richtig verkackt. Wir müssen direkt am Anfang Druck machen. Digga, die Mucke, wie episch. Wir müssen direkt am Anfang Druck machen. Umso mehr Steine die haben, umso stärker werden die Centauri oder wie sie heißen. Das salty, ja? Umso stärker werden seine, werden die Thanos-Kinder. Umso stärker wird Thanos selber. Wir sind die ganze Zeit, als wir gerade Team Thanos waren, haben wir die ganze Zeit nicht mehr als zwei Steine bekommen. Mit jeden Steinen wäre man krass. Ich freue mich, wenn du auch auch geil wirst, ne Max? Ja. Das ist ja komplett. Hawkeye war so, ist glaube ich der ganz normale Boom-Bogen. Richtig scheiße. Wir müssen einfach schnell landen und dann die Karte raus. Du hast ne Schatzkarte, ne Avenger-Schatzkarte. Ah, ich seh's. Ei. Captain. Oh Gott. Was? Mein Schatz ist da ganz hinten? Mein Schatz ist ganz woanders. Was soll das? Bro, mein Schatz ist in die Richtung, aber ganz weg. Ich bringe mich um. Ich bringe mich um. Hä, ich krieg keinen Fallschaden? Ah, ich bringe mich um. Es passiert nichts. What? Ey, wie weit? Ne neue Schatzkarte liegt, glaube ich, kürzer. Ja, die ist hier vorne. Ja. Max, sag mir dann instant, wer du bist, okay? Wenn ich Hawkeye bin, müsste er das Game neu starten. Okay? So, ich bin jetzt da. Komm mal zu mir, wir müssen zusammenfallen. Auf der Eisfläche. Komm mal zu mir, wir müssen zusammenfallen. Was soll das, was da rauskommen? Ja, warte. Wenn ich Hawkeye bin, quitt ich. Ich bin, äh, Dings Captain America. Ich bin Iron Man! Ne, oder? Natürlich! Alter, der ist ja insane. Und sobald ein Gegner in den Dingern drin ist, habe ich automatisch sozusagen ein Aim-Bot und ich treffe ihn safe. Also das sind wir nicht zu OP, ne? Also das ist ein bisschen unbalanced as fuck. Jetzt weiß ich, wie sich L2 anfühlt. Ja. Ich bin wie ein Controllerspieler, hast du recht. Ich werfe mein Schild irgendwo hin und irgendeinen trifft es halt, ne? Ey, ne, ne. Ein Platt Aim-Bot. Was ist das für eine Scheiße? Ich werde nichts machen. Ist Iron Man der Beste? Ich habe ja schon mal Captain America, du triffst alles mit deinem Schild. Ne, aber da. Ey, die haben gleich alle Steine, ne? Echt? Wir müssen den letzten hier verteidigen. Der Tarnoff töten schnell. Nein, wir müssen den verteidigen den Stein. Der Tarnoff töten müssen wir. Alter, ich bin es einfach. Boom. Was? Ich habe mich nicht so hoch. Das töten die mich auch nicht. Ich würde auch ein bisschen OP, dass du bauen kannst als Avenger. Aber du kannst einfach deine Shots dodgen von den Leuten. Alter, wie viel kommt denn da bitte? Ey, die Arme, Alter. Die Arme. Ich muss nichts. Die kriegen einfach so aufs Maul. Ich muss nichts machen. Arthur, jetzt mal mein Rechtsklick. Guck mal, er ist in der Luft. Er kann nichts machen. Das ist mir einfach hinterher. Tarnoff töten. Tarnoff töten. Oh, der ist gut schuld, der Junge. Der kann ja auch nichts machen. Wie unfair. Respawn ist aus. Die respawn nicht mehr. Bitte schnell die Leute. Bro, ihr könnt eh nichts machen. Das ist zu krank. Ich habe nur mein Rechtsklick gedrückt. Ich mache die ganze Zeit so damage. Ja, ich auch. Ach, bei uns ist der Respawn deaktiviert. Wir verlieren. Wir verlieren. Ey? Ja. Das ist dein letztes Leben. Kannst du auch Schildmodus gehen? Dass du kein Damage kriegst? Du bist down. Wir verlieren. Alter. Wir sind die peinlichsten Spieler aller Zeiten. Weißt du auch warum? Ja, weil er in eine Steine. Wir haben einen gesammelt. Der wir haben als Thanos voll und als Avengers. Das ist gut. Das heißt, dass wir gut sind. Das schafft nicht jeder. Ich habe den Stein aufgeben. Aber das lasse ich ihn nicht. Das Schild ist gut. Das Schild ist derweil gut. Der Hammer ist ja unverhältnismäßig viel schwächer. Alter, hat es ein Maul, Digga. Holy shit. Maul, ey. Kranker Scheiß. Maul, ey. War gerade gut. Ey, der Bogen ist auch viel zu pich. 230 Damage aufkommt. Mensch. Mein Schild ist unsichtbar. Mein Schild ist unsichtbar. Kann man das überhaupt da eben nennen? Ne, ne? Weiß ich nicht, Mann. Oh. Oh, ich kassiere. Alter, wie viele denn? Gewinnen wir oder verlieren wir? Können wir gewinnen. Zehn Kinder haben die noch. Geben wir noch zehn Leben. Ja, ja. Ich weiß, ich bin gleich down. Das ist gut. Fühlt sich so gut an jedem Schild. Ich glaube, jetzt wir spawnen den nicht mehr, oder? Ja, nee, wir spawnen den nicht mehr. Ja, wir spawnen den nicht mehr. Echt? Holy shit. Alter. Also, wenn der Hammer halt drauf geht, dann ist halt schon, ja. Ah, Universum gerettet. Gut. Also, ich, ich, also Torhammer finde ich low. Bogen und Iron Man, beste Waffen. Bogen und Iron Man, ja, ich hatte jetzt Schild und Tor. Der Bogen macht einfach 32 Damage auf Body. Ich glaube, wir sind hier gerade richtig am fetzen. Ja, ne? Ich habe ja auch gerade das Gefühl, dass wir die gut fetzen gerade. Wenn wir den Hammer haben, haben wir gewonnen. Iron Man, get down. Iron Man down. Yeah. Oh, ich habe wieder L2'd. Ich habe wieder L2'd die ganze Zeit. Der pickaxe den Thanos. Ach, nee, das ist doch nicht. Das ist ein Tor, der darf pickaxen. Das ist schon, aber völlig Lust. Wie wird mein Thanos? Mein gut ist. Der ist komplett raus. Ey, wir haben gewonnen, oder? Ein geht ja noch. Der wird ja gerade so zugemutzt mit den Dingern. Der wurde, alter. 25 kills. Wie viele? 4 oder 25. Alter. Der hat ja nur noch 7 Leben. Was ist, was ist, was ist? Der hat ja nur 5 Leben mehr, stimmt. Der hat ja nur 5 Leben. 4. Oh, der A hat mich von One-Shotten. Er hat es nicht hinbekommen. Er hat es nicht geschafft. 1 Leben noch. Ich bin down. Ich war Thanos-Türk, der ist ja schon mal raus. Der Ginger-Killer-Cloud-Mengen-Gell. Aim-Bot, Aim-Bot, Aim-Bot. Es ist nur noch Thanos. Universum gerettet durch ein Aim-Bot. Wie stark. Haben wir eine Runde verloren bisher? Bisher haben wir nichts verloren. 5er Win-Streak. 5er Win-Streak. Wie geht es eigentlich deinem Tourette? Von der TwitchCon? Ey, gut. Sau gut wieder. Max, bei mir. Welche Farbe? Pink? Pink? Nee. Ja. Pink, gelb, pink. Gelb? Hey, jetzt hast du dich versch... Bist du bescheuert? Bin direkt aufgestanden. Versuch sie zuzubauen. Die sind doch schon wieder alle da. Ich hab ihn. Was ist das, Max? Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Halt die Leute weg, halt die Leute weg. Die nehmen mich mehr. Explosier sie weg. Ihr habt nicht zugebaut. Das ging nicht. Das ging nicht. Die hätten den genommen. Du musst, du kannst ja F gedrückt halten. Weißt, was ich mach? Ich töte mich jetzt und hab Glück kriegst du ihn vielleicht, okay? Wenn das klappt, wenn das klappt, wenn das klappt, wenn das klappt, dann spring out of the map. Wenn das klappt, wenn ich jetzt echt Thanos dann bin, dann, äh, dann ist halt Ende. Ich fiel mein Bestes. Alter, das sind ja viele Gegner. Kommt mal auf den Berg, bitte. Das wär geil. Hier kommen zehn Gegner vor mir. Auf den Berg, wo ich bin. Und tue es immer zuerst die Iron Man's. Oh, ey. Der Stein jetzt steht auf mir gelandet. Was macht der da? Hä? Das ist ja unglaublich, wie die abfackelt. Ja. Äh, wie intens ist denn die Runde? Irgendwie ging die Runde fünf Minuten. Oh, fuck ich die ab. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, der ist auch down. Zwei Gegner nur noch. So, der letzte kann sich jetzt auch mal zeigen, wo ist der letzte Camper. Gewonnen. PP-Me, Alter. So, wie viele Kills habt ihr alle? Hab mal raus. Hab ich nicht drauf geachtet. Hab ich nicht geachtet. Das ist auch Match-Statistik, oder? Nee. Doch. Ich hatte 13 Kills. 8200 Schaden. Hab's nicht gesehen. 16. Ähm, das läuft uns nicht weg. Ich schneide jetzt einfach die Highlights und mache ein YouTube-Video draus.